Du stehst vor einem Feind, den nur wenige kennen. Den nur einer kennt. In diesem Film braucht Thor Loki. Das ist eine interessante Dynamik. Thor hilft ihm aus der Isolation und macht ihn zu seinem Partner. Ich brauche deine Hilfe. Du musst wissen, wenn du mich verrätst, werde ich dich töten. Wann fangen wir an? Er ist der Bösewicht, aber irgendwie liebt man ihn auch. Dadurch wird die Geschichte viel interessanter. Er ist jemand, der seine wahre Natur kennt und viel Spaß daran hat. Das war für New York. Sie ist großartig. Loki bewegt sich auf schmalem Grad und man weiß nicht, für welche Seite er sich entscheiden wird. Nun siehst du mich, Bruder. Du musst sehr verzweifelt sein, wenn du mich um Hilfe bittest.